Hallo und herzlich willkommen zum Steiermark 1 Sportstudio. Liebe Sportfans, schön, dass Sie mit dabei sind und ich freue mich ganz, ganz besonders heute zwei sehr, sehr spannende Studiogäste bei mir begrüßen zu können. Zum einen einen, der seine Profikarriere sehr, sehr erfolgreich schon absolviert hat, der jetzt, möchte ich meine, seine zweite Karriere gestartet hat und eine, die ganz, ganz knapp vor einer hoffentlich großen Sportkarriere stehen wird. Herzlich willkommen Peter Lutzenberger, steirische Radsportlegende und herzlich willkommen Cornelia Hützer, BK-Läuferin, die im Moment sehr, sehr einen Drang nach oben in Richtung vielleicht, wir werden es ja dann hören, in Richtung A-Kader hat. Peter, ich darf mit dir beginnen, schön, dass du in der Steiermark bist, so auf ein paar Tage Heimaturlaub, nicht nur um die Familie zu besuchen, es ist ja vielleicht ein kleiner, unfreiwilliger Urlaub von deiner United World Tour. Was ist denn da passiert? Ich bin dann mittlerweile schon sieben Monate unterwegs und bin in Ägypten angekommen und alle über arabischen Länder eigentlich verweigern einem die Einreise, wenn man einen israelischen Stempel im Reisepass hat. Und ich brauche in erster Linie mal einen neuen Reisepass, um weiterreisen zu können in Richtung Singapur. Und natürlich auch meine Familie, Verwandten, Freunde, Kinder in Österreich zu besuchen über Weihnachten. United World Tour, erklär mal in kurzen Sätzen, was ist das für ein unglaubliches Projekt, für eine unglaubliche Tour, die du da auf dich genommen hast? Es ist eine Charity Tour. Ich fahre mit dem Rennrad und zwei Packtaschen von Österreich bis nach Singapur. Und ich helfe armen Leuten am Weg, die ich treffe. Mit Spenden, mit Sponsoren, die die Tour sponsern. Das ist mein Budget, mit dem ich arbeite. Der Plan ist, keinen Plan zu haben. Also ich lasse mich mehr oder weniger vom Schicksal und vom Leben tragen. Und die Leute finden mich mehr oder weniger. Man kann das Ganze verfolgen über unitedworld.com. Die ganzen Geschichten, wo ich unterwegs bin, wen ich helfe, wie ich helfe, mit was für Milchmitteln das geholfen wird. Das soll einerseits den armen Menschen helfen, über den Tag zu kommen. Auf der anderen Seite möchte ich jenen Leuten, die das Ganze verfolgen und aus den ersten Weltländern kommen, deren Schicksal näher bringen. Also Hintergrundgeschichten liefern, wie sie leben, was sie brauchen und welche Schwierigkeiten sie haben. Und dadurch kann auch der Wohlhabende doch etwas glücklicher sein, mit dem er so hat und sieht vielleicht die ganzen Sachen nicht mehr ganz so streng und ist nicht mehr so gestresst mit Kleinigkeiten. Wir wollen uns kurz erklären, wie sich das wirklich fortabspielt. Cornelia, herzlich willkommen nochmal, dass du auch mit dabei bist. Auch bei dir gibt es so etwas wie einen etwas unerwarteten Aufenthalt in der Heimat. Du kommst direkt aus St. Moritz. Ich glaube, eine kleine Verletzung ist da mit dabei. Ja, beim Training, also Abfahrtstraining, bin ich beim Sprung gefahren und da hat es mir leicht ausgefahren und mein Knirschein ein wenig verschoben. Aber es ist nicht so schlimm. Es ist nicht so schlimm, aber im positiven Sinne nicht so schlimm sind deine Erfolge. Du bist jetzt im Moment im ÖSV BK, mit Top-Platzierungen im Europacup, bei FIS Rennen und so weiter. Was waren so die größten Erfolge in der letzten Zeit? Ja, wir waren jetzt in Norwegen, in Gvitfjell und da waren Europacup-Rennen. Im Riesentallauf bin ich 6. geworden, in der Superkombi, im Super-G 2. und dann schlussendlich 12. und im normalen Super-G bin ich 5. geworden. Du kommst aus Kumberg, ganz in der Nähe von Graz, etwas nicht so wirklich die alpine Skigagd in der Steiermark. Wie bist du zum Skifahren gekommen? Also so durch Ski-Erlaub und ja eigentlich nur Rheingaudehäufer und dann habe ich mir immer gedacht, ja, jetzt will Skifahrerin werden. Und dann bin ich es geworden. Dann bist du es geworden. Peter, wie war das bei dir eigentlich? Denken wir mal zurück an deine sportliche, an deine Profikarriere. Wieso ist dir eigentlich das Ski-Erlaub, das Radfahren geworden? Also meine Tante, die hat über die Woche immer in Graz gearbeitet, in einer großen Firma und ist am Wochenende nach Hause gekommen. Und irgendwie hat sie eben auf dem Firmengrundstück ein Rennrad gefunden, was sie am Batschen gehabt hat. Und hat einfach einer über den Zaun geworfen, wahrscheinlich war es gestohlen. Das hat über längere Zeit keiner gebraucht und sie ist ewig herumgestanden. Dann hat sie es mit nach Hause genommen und das war mein erstes Rennrad, mit dem ich zum Trainieren angefangen habe. Und nach ein paar Monaten bin ich mein erstes Rennen gefahren. Dann habe ich gleich gewonnen und dann hat es seinen eigenen Weg genommen. Deinen eigenen Weg. Du bist nach wie vor einer der erfolgreichsten österreichischen Radprofis. Jetzt zurück zu deiner zweiten Karriere, wie ich es eingangs schon gemerkt habe. Wenn du da unterwegs bist in den Ländern, wie spielt sich das ab? Wie kommst du zu den Leuten, denen du helfen kannst? Ich nehme nicht an, dass die Leute warten. Ah, da kommt der Peter Lotsenberger, der hilft uns und jetzt winkt man und dann bleibt er stehen. So läuft es, also ist bis jetzt nicht so gelaufen. Das Ganze soll sehr interaktiv sein, auch wenn sich jemand über Internet meldet, dass es meine Tour kippt. Dann steuere ich mehr oder weniger dieses Ziel an. Aber im Prinzip, man findet alles auf der Straße. Ich bin mein ganzes Leben auf der Straße gewesen. Man sieht mit dem Rad eigentlich sehr viel oder fast alles. Und es hat das Schicksal immer so eingefählert, dass über Mittelsmänner, über Kontakte ich zu diesen Leuten gekommen bin. Also es ist oft sehr schwierig, direkt zu helfen, weil die Leute einfach zu stolz sind, das anzunehmen. Also man braucht meistens irgendeinen lokalen Mittelsmann, wo man mehr oder weniger vorgestellt wird. Und dann funktioniert das eigentlich ganz gut. Also ich habe schon Leute auf der Straße getroffen mit einem alten Herden, der was Fischen gegangen ist zum See. Oder einen Araber, der auf einer Parkbank in Jerusalem. Die verschiedensten Sachen. Also man findet eigentlich mich, also ich nicht die Leute. Cornelia, wenn man das hört, für dich, da du am Beginn deiner sportlichen Karriere stehst, überlegt man sich da eigentlich, was wäre wenn, was mache ich nach dem Skifahren? Es ist zwar noch ein bisschen weit nach der aktiven Karriere, wenn man das hört, was der Peter so erzählt. Ja, also ich gebe ihm noch Schuhe und ich will sicher einen Schulabschluss machen, damit ich nachher auch was habe und nichts. Also das passt. Apropos Schulabschluss, da hast du schon ein Ziel angesprochen. Wohin soll der sportliche Weg gehen? Arkader, Weltcup-Rennen, Weltmeisterschaften, Medaillen. Wie weit möchtest du nach oben greifen? Ja, aber sicher ganz offen, weil sonst, da hat es sich das glaube ich nicht an. Und ich hoffe, dass es passt, dass das ganze, mein ganzes Ziel in Erfüllung geht und dass ich das erreiche, was ich erreichen will. Peter, dann gleich die Frage jetzt an dich weiter. Wenn du so an deine sportliche Karriere zurückdenkst, hast du damals auch schon irgendwie den Gedanken gehabt zu dieser United World Tour, wie du noch Profi-Radfahrer warst? Oder wie hat sich das wirklich ergeben? Also ich habe meine ganzen Reisen eigentlich schon immer dazu genutzt, das soziale Leben zu beobachten, sagen wir mal so. Also wenn man sehr viel auf den Straßen unterwegs ist, man trainiert ja wirklich jeden Tag sehr, sehr viel, viele Kilometer, da kommt man viel herum auf der ganzen Welt und da sieht man ein eigenes, einiges. Und das war mir schon immer ein sehr großes Anliegen. Also meine Ex-Frau ist ja auch aus Brasilien, gibt es Millionen von armen Leuten und diese United World Tour ist eben jetzt die Verbindung zu dem Ganzen. Also meine Erfahrung aus der Sportlerkarriere, inklusive Abenteuer, inklusive Charity, ist die optimale Kombination. Wie lange bleibst du da, wann geht es wieder los und vor allem, wohin soll jetzt die Reise gehen dann? Schwer zu sagen, also mehr oder weniger möchte ich natürlich schon wieder im Mittleren Osten anknüpfen, weil das ist ein Krisengebiet schlechthin und ich steuere ja diese Gebiete ja an. Mit dem neuen Reisepass soll es dann Jordanien, Syrien, Irak, Iran, Pakistan, Indien eben grob die Richtung einmal haben. Cornelia, wie schaut es bei dir aus, die nahe Zukunft, die nächsten Rennen? Ja, jetzt muss ich wieder schauen, wie es mit meinen Knie weitergeht. Aber wahrscheinlich haben wir auch Samstag Anreize nach Italien, Europacup-Rennen wieder. Peter, wie wirst du Weihnachten feiern? Wie schaut das aus? Ich nehme mein Mann nicht am Rat, hoffentlich vielleicht auch neben oder unter dem CRISPR. Ja, mit den nächsten Verwandten, ja. Die Kinder wahrscheinlich. Und ja, freue mich schon, ja. Cornelia, deine Weihnachten. Wie schaut dein Weihnachtsgeschenk, dein Weihnachtswunsch aus? Ja, zuerst einmal die Weihnachtsgeschenke kaufen, weil da war jetzt nicht so viel Zeit. Und ja, dann habe ich meine Schwester, mit meinem Papa und mit der Mama, ja. Dann wünsche ich euch beiden alles, alles Gute. Peter, wir bleiben im Kontakt. Ich glaube, das geht über Facebook, das geht über Twitter, das geht über die Homepage. Und wir schauen einmal, wie es dir geht. Wir werden weiter berichten. Auch für dich, liebe Cornelia, alles, alles Gute. Ich freue mich schon auf den ersten Weltcup-Sieg, den wir aus Kumburg dann begrüßen. Oder vor allem feiern dürfen. Das war es jetzt vom Steiermark-Heinz-Sportstudio. Sehr, sehr spannende Themen. Nichtsdestotrotz wünsche ich Ihnen jetzt schöne, wenn Sie es wollen, sportliche Weihnachten. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020